Die erste Beine ist in der ersten Beine. Nächster Beine sind in der Breakdance. Einfach. Die Bandposition, sie dreht auf eine Seite. Geht mit dem hintersten Bein hinten. Sie probiert so weit, dass sie den Bein zurückgehen. Genau, die Hüfte hoch, wie im Tanzen, und dann kommt sie wieder zurück. Flach. Flach. Wichtig ist hier. Berührt. Und auf der Seite. Dreht. Berührt. Hoch mit der Hüfte. Wie beim Tanzen. Genau. Sehr gut. Und nochmals. Nochmals. Zack. Vorne. Hoch. Gut. Okay. Dankeschön. Zweite Lange. Ähnliche. Ein bisschen mehr. Okay. Sehr gut. Okay. Dank. Position. Sie drehen. Genau. Auf eine Linie. Öffnet den Bein. Zurück. Nach hinten. Berührt. Und kommt zurück. So ist es. Auf eine Linie. Auf eine Linie. Kommen Sie wieder zurück. Sehr gut. Genau. Öffnet. Schön auf eine Linie. Nach vorne schauen wir noch auf die Kamera sein. Und beim Öffnen. Zu. Nach hinten. Hüfte hoch. Strecke. Zurück. Auf eine Linie. Und kommt Sie. Sehr gut. Danke. Hüfte hoch. Bein öffnen. Und drehen. Sehr gut. Machen wir noch einmal. Jawohl. Hüfte hoch. Jawohl. Bein öffnen. Und drehen. Sehr gut. Machen wir noch einmal. Jawohl. Geht. Jawohl. Vorrück. Jawohl. Bein öffnen. Zerk. Jetzt hier in Richtung. Man merkt langsam Müdigkeit. Dann Pause. Gut. Gut. Die letzte Variante, die dynamischste wie möglich. Genau, sie öffnet. Stimme in die Elbogen. Also, die Kniebehüter hoch und die Hüfte hoch. So da noch einmal. Sie öffnet. Knie. Nach hinten. Die Hüfte nach vorne. Ja, wie sie kommt. Und komm so gut. Und noch einmal ein bisschen zack. Hopp. 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 Und noch einmal ein bisschen zack. Jawohl. Dann zurück. Und externe Position. Sehr gut. Hopp. Und zurück. Gut. Es ist gut.